Und hier noch ein paar Tipps von mir, wie du dich auf den Wahlguide Model Search vorbereiten solltest. Die wichtigste Voraussetzung für den Job als Model ist natürlich gutes und interessantes Aussehen. Du solltest uns mit deiner Ausstrahlung beim Casting begeistern und darfst natürlich auch nicht zu schüchtern sein. Als Mädchen solltest du eine Körpergröße zwischen 1,72 und 1,79 haben und bei den Jungs sind zwischen 1,82 und 1,89 gefragt. Als Vorbereitung auf den Wahlguide-Casting-Termin würde ich dir empfehlen, Klamotten anzuziehen, in denen du dich wohlfühlst, damit du selbstbewusst und locker auftreten kannst. Und bereite dich auch die Frage vor, warum genau du das neue Wahlguide-Gesicht werden sollst. Beim Casting nominieren wir die 10 Finalteilnehmer und die Gewinner werden noch am gleichen Abend auf der Wahlguide-Party bekannt gegeben. Bewirb dich also jetzt unter www.ballguide.at Wir wünschen dir viel Glück!